Auf alle Fälle ist gesichert, dass das im Endergebnis den Effekt hat oder haben soll, dass da etwas passiert, etwas ausgeschieden, aufgenommen, der Kairos ergriffen werde, die Handlung, die Bewegung vollzogen werde. Und also gleichgültig, ob dieses Horror-Terror-System des immer Unvermeidlichen, des unveränderlich Unabwendbaren nun lediglich Finte oder Erfindung ist, um diese Entlastungen oder Belastungen, um diesen, wahrlich, du kannst alles probieren, wenn dir sowieso nichts passieren kann, was sowieso mehr oder weniger auf diese oder jene Art und Weise geschehen wird. Aber geschehen wird es und du wirst nicht verändern, dass etwas nicht passiert, zu passieren habe, durchgebrät zu werden hat durch den Fleischwolf. Also egal, ob das Finte ist, um die Aktionismen, um die Authentifikationen einzuleiten oder nicht, Finte ist, sondern tatsächlich den Aspekt hat von Unweigerlichkeit, Unverweigerlichkeit. Das Ergebnis jedenfalls ist gleich, denn wenn dem nichts so wäre, wenn das nicht das Tödliche, diese Zeitgrenze, diese Pulsationstaktgrenze aufrichtete, würde gar nichts passieren. Sie würden es verschieben, auf morgen oder übermorgen. Sie würden es Calimera.